Wenn dann hier vielleicht schon wieder das Sandwerk kommt, klar. Das ist große Piste, aber Provence. Wir sind bereit? Okay. Okay, hands off! Oh, hands off! Liminibat! Yeah! 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 All done! Look at that basket! That's a lightweight basket! Look at it! There's nothing to it! There's nothing to it! Do you know the score? Yeah! Good luck! Good luck! Good luck! Good luck! Good luck! No stone rise! Das war's für heute. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Transponder 2111, Delta Oskar-Tango-Lima-India, okay. Jetzt sehen wir, dass die Windräder sich nicht drehen, können ja nicht alle kaputt sein. Von daher gesehen, es sieht so aus, wenn da unten nicht so ganz viel Wind wäre. Noch sind wir 2300 Meter hoch und haben 48 kmh. Unter uns gibt es riesige Landeflächen. Und das Ganze ausgezeichnet, das passt also. Wir sind bedroht von diesem Ballon da hinten, der uns schon seit Stunden folgt. Das haben wir nicht so gerne. Wir warten natürlich darauf, dass wir niederkommen und dann eine Wiese weiterzufahren. Alles okay, alles okay, thank you, all okay. Okay, thank you. Ja, ja gut, dass wir mehr haben, haben wir... Wovon? Lass dich noch ein bisschen laufen, Matthias, mach doch nichts. Ja, die meckern einen Melo. Ach, was? Matthias, alles klar? Alles klar, ich habe den Fahrtbericht gefunden. Das ist wichtig. Ich bin vor der Wespe gestochen worden. Ich auch. Ganz schön schlimm. Aber du bist nicht allergisch wie ich. Aber ich bin vor der Wespe gestochen worden. Ja, ich bin vor der Wespe gestochen. Ich bin vor der Wespe gestochen. Ich bin vor dem Versuch. Ich bin vor der Wespe gestochen. Der Wind ist mehr links und mehr rechts. Das ist eine gute Richtung. Wir haben ein Target zu Target zu Target zu Target. Das ist schön, dass es über den Meer schön ist. Wir haben alle Altitudes, keine Ballast, nicht zu viel Ballast. Dann haben wir ein Target, zwei Target, drei Target und dann gehen wir in Sicilien. Das ist perfekt. Mein Team arbeitet sehr hart. Benjamin arbeitet sehr hart. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Mein Team hat immer gesagt, dass sie das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.